Der Prag-Tunnel ist ein Eisenbahntunnel in Stuttgart durch die Prag, einen Höhenrücken zwischen dem Stuttgarter Torquessel und Feuerbach. Mit zwei 680 Meter langen Röhren verbindet der Tunnel den Nordbahnhof mit dem Bahnhof Feuerbach. Durch den Tunnel führen die Bahnlinien von Stuttgart in Richtung Karlsruhe, Mannheim und Heilbronn sowie die Linien der S-Bahn Stuttgart in Richtung Ludwigsburg und Leonberg. Der Tunnel verläuft in quälfähigen Schichten des Gipskäupers. Gleisanlagen Die Gleisabstände in den beiden Röhren wurden im frühen 20. Jahrhundert mit 3,70 und 4,00 Meter angegeben. Sie werden inzwischen mit 3,65 bzw. 3,70 Meter angegeben. Südlich des Tunnels verbindet eine mit 60 km pro Stunde befahrbare Gleisverbindung das Ferngleis zum Hauptbahnhof mit dem S-Bahn-Gleis Richtung Feuerbach. Aus einem S-Bahn-Gleis fädelt eine mit 40 km pro Stunde befahrbare Gleisverbindung zur Gäubahn aus. Geschichte Die erste Röhre des Pragtunnels wurde im Rahmen des allerersten württembergischen Bahnprojekts der Zentralbahn Esslingen-Stuttgart-Ludwigsburg errichtet. Der erste Spatenstich war am 26. Juni 1844 und stellt den Beginn der Bauarbeiten an der Zentralbahn dar. Zum Bau dieses durch kälperschichten führenden Tunnels wurden fünf Schächte abgetäuft, die später wieder zugeschüttet wurden. Bei einem Einbruch der Röhre kamen 20 Arbeiter ums Leben. Erst nach über zwei Jahren Bauzeit war der 828,65 Meter lange Tunnel durchstoßen und am 15. Oktober 1846 begann der Betrieb auf der Zentralbahn. Der Tunnel war von Anfang an für den zweigleisigen Betrieb ausgelegt worden, verlegt wurde jedoch zunächst nur ein einzelnes Gleis. Zwischen 1858 und 1861 wurde das zweite Gleis nachgerüstet. Zwischen 1911 und 1914 wurde die Röhre, die heute vom S-Bahn-Verkehr genutzt wird, auf 680 Meter verkürzt, um die Gütergleisverbindung zwischen der Gäubahn und dem Nordbahnhof errichten zu können. Der S-Bahn-Tunnel wird von 328 S-Bahnen und sechs Regionalzügen befahren. Auf der vierstufigen Zustandsnotenskala von DB Netz ist das Bauwerk in die Kategorie 2 eingestuft. Zweiter Röhre 1907 wurde beschlossen, die Stuttgarter Bahnanlagen umfangreichen Umbaumaßnahmen zu unterziehen, wozu auch der viergleisige Ausbau der Strecke Stuttgart-Ludwigsburg zählte. Dazu wurde ab Oktober 1908 eine zweite, 680 Meter lange Tunnelröhre unmittelbar nordöstlich der ersten gebaut, die die zwei zusätzlichen Gleise aufnahm. Der Tunnel wurde am 22. Juni 1909 durchstoßen, er brach jedoch kurz darauf auf einer Länge von 20 bis 30 Metern ein. Und oberhalb des Tunnels senkte sich der Boden bis zu vier Metern ab. Nach Beseitigung der Schäden konnte der neue Tunnel erst im August 1910 in Betrieb genommen werden. Anschließend wurde der alte Tunnel, der wohl durch den Bau der neuen Röhre instabil geworden war, zunächst gesperrt und renoviert. Bei dieser Gelegenheit kürzte man den Tunnel durch zusätzliche Einschnitte auf Stuttgarter Seite auf eine Länge von ebenfalls 680 Meter. Die Sanierung konnte am 21. August 1912 abgeschlossen werden und am 21. 22. November 1912 wurde die alte Röhre wieder in Betrieb genommen. Sie diente danach dem Vorortverkehr, während die neue Röhre von Fernzügen genutzt wird. Seit 1981 befindet sich vor den Nordportalen beider Röhren ein Überführungsbauwerk der Stadtbahn. In diesem Bauwerk gibt es eine Bauvorleistung für ein zu dieser Zeit noch geplantes zusätzliches Gütergleis westlich der S-Bahn-Gleise in Form eines verdeckt liegenden fünften Gleistoks. Dazu war eine dritte Prag-Tunnelröhre vorgesehen. Der Tunnel der Fernbahn wird täglich in Summe beider Richtungen von 143 Zügen des Personenfernverkehrs sowie 151 Zügen des Regionalverkehrs befahren. Auf der vierstufigen Zustandsnotenskala von DB Netz ist das Bauwerk in die Kategorie 2 eingestuft. Im Rahmen der Variante T für den Ausbau des Stuttgarter S-Bahn-Netzes wäre die südliche Prag-Tunnelröhre im Richtungsbetrieb von S-Bahnen Richtung Stuttgart befahren worden. Die nördliche Röhre wäre in entgegengesetzter Richtung befahren worden. Nördlich war eine zusätzliche dritte Röhre für den Fern- und Regionalverkehr vorgesehen. Diese Überlegungen mündeten später in das Konzept T-Spange. Nach Inbetriebnahme des Projektes Stuttgart 21 soll der Fern- und Regionalbahnteil des Prag-Tunnels zunächst nicht mehr vom Fern- und Regionalverkehr genutzt werden. Diese Züge sollen zukünftig über den Tunnel Feuerbach direkt vom Bahnhof Feuerbach zum Hauptbahnhof geleitet werden. Beide alten Röhren bleiben bestehen. Die dem S-Bahn-Verkehr dienende Röhre wird auch weiterhin für den S-Bahn-Verkehr genutzt. Die Fernverkehrsröhre bleibt ebenfalls erhalten und soll in der sogenannten P-Option des Projektes Stuttgart 21 in Zukunft zwei weitere Zulaufgleise ermöglichen. Im Zuge der im Zuge von Stuttgart 21 vorgesehenen Option Nordkreuz würde eine dritte zweigleisige Tunnelröhre für die S-Bahn-Gleise Richtung Stuttgart-Nord- und Stuttgart-Hauptbahnhof gebaut werden.